Klar, natürlich. Oh, den hab ich auch. Ja, hey, gut mal. Hallo, meine Lieben. Es ist Donnerstagmorgen. Ich bin schon fertig. Hab schon meine Arbeitssachen gepackt. Und bin jetzt auf dem Weg ins Büro. Und die Mädels schlafen alle noch. Der Kenny ist da. Das war meine Schuld. Nicht wach machen. Ja, der Kenny ist da. Und ich fahr jetzt ins Büro. Und wünsche euch einen schönen Tag. Mit Rosi, die filmt bestimmt gleich. Und Lamia, Johanna, Rosi, wenn ihr das seht. Ich liebe euch. Und wir sehen uns heute Nachmittag. Bis dann. Tschüssi. Hallo. Bei mir bei Pia. Hättet die beleidigt. Woher gehst du denn? Hier, komm mit. Ja. Amia, guck mal. Nein. Nein. Doch. Und wenn du hier unten bist, machst du die Beine breit. Okay? So? Ja. Wenn du unten bist. Und los. Beine breit, Beine breit. Super. 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 Nochmal. Nein. Ich muss hier. Gange. Das musste ich auch sehen. Hast dir wehgetan? Aua. Na, komm. Hallo, liebe. Hier. Lamia, Lamia. Ja. Komm mal her. Gut. Setz dich mal hier hin. Genau. Bauen wir die Beine fest. So? Ja? Halt die mal fest. Die Kamera. Genau. Einfach so lassen, ja? Und jetzt rutsch. Nicht loslassen. Nicht festhalten, ja? Okay. Halt los. Und los, rutsch. Super. Jetzt haben die Kamerafreunde auch... Ah. Ah, ah. Ah, ah. Oh. Meine Karte. Nein. Nein. Jetzt ist es immer beleidigt, wenn ich die Kamera nicht kriege. Nicht lamieren. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm nicht da her. Nein. Ich fühle mal in einem Hintergrund, der schön ist. Ah. Guck mal, Lamia weint jetzt. Guten Morgen. Wir sind im Zentrum. Ah, mir ist kalt. Ja, Joanna hat sich wie immer zu dünn angezogen. Was? Du hast dich zu dünn angezogen. Ja. Ich hab mir ja nicht... Ich hab doch gesagt, ich kalt. Du wirst ja nie hören, wenn ich sag. Ein Lekt. Ja, und keine Socken an. Äh, Laktal. Ja. Und eine dünne Jacke. Ja, zu dünn angezogen. Äh, wir sind hier, weil wir Joanna Schulzsachen kaufen möchten. Und Saskia von Saskias Beautyblog ist auch im Zentrum. Und dann haben wir gesagt, vielleicht treffen wir sie ja. Und können wir alle sagen. Und es regnet schon wieder. Es regnet schon wieder. Echt blöd. Und man auch wegen Regen. Mhm. Maja und Kugel. Maja und Kugel. Ja, das ist voll cool. Da machen die so mit ihrer Jacke mit so einem Stein, retten die ein Hund, was im Auto ist. Echt? Ja, das ist cool. So eine Erwärmung. Schön. Ja, das ist voll cool. Ja, das ist so ein bisschen. Und die habe ich auch gehört. Ja, das ist so ein bisschen. Hast du eine volle Mühle aus? Ja, genau. Hast du auch geschuckt? Ja. Hast du cool? Das ist süß. So ein schickes Mädchen. Die ist aber wild höchstens. Und der ist die ja auch. Das ist die Joachim. Aber der ist ja noch einer. Ja. 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 Die ist super, die Kamera. Ja. Das ist super, die Kamera. Hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt 2 Uhr. Und ich habe die nach mir ins Bett gelegt. Ich mache jetzt aber gerade noch Mittagessen. Die hat unterwegs jetzt nochmal eben schnell was gegessen. Und da ist sowieso Gulaschmach. Und das ein bisschen länger dauert. Ich habe gedacht, ich lege sie jetzt hin. Und wenn sie dann wach ist, dann können wir alle zusammen Gulasch essen. Ja. Gulasch kocht jetzt vor sich hin. John ist jetzt in ihr Zimmer. Und ja. Fertig. So. Das Treffen war richtig schön. Ja. Da hat es geregnet. Ein bisschen. Aber das waren glaube ich kurz bevor wir uns angestellt haben, hat es geregnet. Dann hat es sofort aufgehört. Und als wir rausgegangen sind, hat es wieder angefangen. Also wir hatten richtig Glück. Mussten noch nur 15 Minuten warten. Also war super. Und die Saskia, ja. Die ist ja so eine wunderschöne Frau. Das ist unglaublich. Noch viel schöner als eigentlich in den Videos noch. Und auf Insta und so. Das ist ein Traum. Also die ist echt super sympathisch, mega hübsch und hat echt eine traumhaft schöne Figur. Also auf jeden Fall war es eine sehr positive Aura hat sie ausgestrahlt. Also ich fand sie sehr, 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 sehr nett. Wir haben auch noch was gekriegt von Garnier. Und zwar sanfte Hafermilch. Seidige Reiscreme und sanfte Hafermilch. Spendet Feuchtigkeit und schützt für seidig weiches Haar. Für empfindliches Haar. So eine Maske. Mal ausprobieren. Gab es da kostenlos. Haben wir natürlich mitgenommen. Und ja. Der Meer schläft jetzt. Habe ich ja schon gesagt. Süße kleine Tüte. Und ich habe mega Hunger. Ich habe auch irgendwie noch nicht gefrühstückt. Wirklich. Ich weiß gar nicht warum. Ich werde jetzt hier einmal schnell über die Küche gehen. Und mir denke ich eventuell. Irgendwas zu essen machen schnell. Weil wie gesagt, Gulasch dauert lange. Der Joana habe ich jetzt gerade noch einen Apfel geschnitten. Der hat sich einen Apfel mitgenommen in ihr Zimmer. Und spielt ja Lego Friends. Und ja. Ein Gulasch dauert bestimmt eine Stunde. Aber riecht auf jeden Fall schon mal lecker. So ihr Hübschen. Wir haben 5 Uhr. Ich bin hondemüde. Ich bin so müde. Das ist unfassbar. Ich kann so einpennen. Lamia ist auch wach. Die haben wir aber wach gemacht. Damit die mit uns essen kann. Das Essen war sehr lecker. Das Gulasch. Und jetzt sind die Kinder. Ich habe die Lamia zur Joana ins Zimmer geschickt zum Spielen. Die soll jetzt mit ihr spielen. Ich bin platt ey. Das kann nur wieder an diesem Hot-Wetter liegen eigentlich. Ich schaue mich mal auch gleich die Heizung an. Weil ich würde die auch voll kalt finden. Und sieht echt so richtig so aus wie Herbst. Richtig wie Herbst. Kann die sein. August. Guckt euch das mal an. Sieht einfach nur traurig aus. Regen, Regen, Regen. Den ganzen Tag. Und angeblich soll morgen der Sommer wieder einkehren. Für 3 Stunden. Wenn man dann wieder 100 Grad alle verbrennt. Keiner hat Bock rauszugehen, weil es zu heiß ist. Ich muss jetzt mal monzen. Ich bin müde. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Damit ich das hier irgendwie überlebe. Dominik muss noch arbeiten. Bis, ich glaube bis 6 oder so. Dann kommt der nach Hause. Und ja, so sieht es aus. Ein paar von euch haben übrigens auch gefragt, weil ich meinen Brotkasten her habe. Den habe ich bei Knufmann gekauft. In Krefeld. Hat gekostet 40 Euro. Teuer. Für so einen Brotkasten. Aber gut. Also ich finde den top. Es gibt hier auch noch einen anders. Der ist auch recht teuer. Und den sieht man andauernd auf Insta. Aber den fand ich besser. Der passt mir rein. Die anderen waren mir alles zu klein. Weil wir so viel Brot essen. Und ich kriege da alles rein. 2 Pakete Brot. Sachen wie angepackte Gummibärchen. Ich schmeiße alles rein. Nicht nur Brot. Und das passt da ganz gut. So. Kaffee. Herrgott. Danke für die Person, die Kaffee erfunden hat. Ich weiß nicht, wer es war. Aber vielen Dank für die Erfindung des Kaffees. Oh Mann. So. Wir gucken jetzt zusammen mit Micky Maus Wunderhaus. Wo ist das? Was ist das? Böser Papa? Böser Papa? Ja. Oder böser Mann? Böser Mann. So ein Pirat. Zeig den mal. Ein Pirat. Uh. Bade Bossa. Ist hier nicht kalt? Noch mehr Mann? Noch mehr Mann? Ja. Dann gucken wir, ob du noch mehr Mann findest. Jolana, Jolana, Jolana soll ich schon. Jolana hat heute ganz viel Soiluna an. Alles Soiluna. Oh, mir ist kalt. Ich bin müde. Jetzt werde ich meinen Kaffee trinken. Und ich muss die Maus Wunderhaus gucken. Und böse Piraten. Guka. Guka. Stitch. Hallo. Stitch. Ich bin Stitch. Nein, Stitch. Stitch. Nicht Stitch. Stitch. esto.